Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 5. Juni 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 386 und ich habe heute die folgenden Themen für euch mitgebracht. GitHub, JustAlign, Google Assistant, Bonito, ToDo und WWDC. Ich beginne gleich mal mit GitHub. Ich glaube, gestern habe ich noch kurz darüber gesprochen, dass Gerüchte rumgehen, dass Microsoft GitHub kaufen möchte. Nun ist es soweit. Die beiden haben jetzt verlauten lassen, dass die Übernahme stattfinden wird. Der aktuelle CEO geht in Microsoft auf. Einige sonst von den Mitarbeitern gehen andere Wege oder werden sonstweit beschäftigt. In die Startposition oder in die CEO-Position von GitHub kommt ein Microsoft-Mitarbeiter. Was aber bleiben wird, ist das, was es ist, die Beständigkeit nämlich. Die Möglichkeit, dass Entwickler ihre Software und ihre Codes da draufschmeißen können, es so benutzen können, wie sie es bis aktuell gemacht haben und auch über die ganzen Quellen wieder rauswerfen können. Vielleicht kommt, und das denke ich ziemlich sicher, natürlich die Möglichkeit dazu, über die Microsoft Azure-Geschichte das Ganze nachher schlussendlich rauszuhauen und zu entwickeln, ins Endstadium zu bringen, besser gesagt. Und ja, Microsoft hat ein bisschen Geld springen lassen. Gut, nicht ganz so viel wie bei Nokia mit den 3,79 Milliarden, auch nicht ganz die 16,26 Milliarden, die sie für LinkedIn hingeschmissen haben, nämlich, jetzt sage ich es fast ein bisschen respektierlich, läppische 7,5 Millionen, die sie dafür bezahlt haben. Stimmt nicht ganz, Milliarden sind es natürlich, eben, es ist zwischen Nokia und LinkedIn angesiedelt, eben, ja, genau, Milliarden waren es. Es ist noch morgens früh, ihr habt es hoffentlich, oder ihr entschuldigt mich dafür. Ich gehe weiter mit der Next News und das war kurz bevor Apple mit der WWDC aufschlug und auch etwas über ARKit, über das eigene AR, über die eigene AR-Geschichte gezeigt hat, ARKit 2.0, nämlich, hat Google noch was kurz rausgehauen. Das Ganze hört auf dem Namen Just Align, ist ein App-Experiment von Seiten Google, das es für iOS und für Android gibt, wo man, oder besser gesagt, wo ihr, zum Beispiel von zwei Android-Smartphones, von zwei iPhone aus oder auch von iPhone auf Android, Dinge in die Luft zeichnen könnt. Seien es Schriftzüge, seien es irgendwelche Zeichnungen, Spiralen in dreidimensionaler Form oder auch ein Tic-Tac-Toe. Ein Schelm, wer böses denkt, denn Apple hat natürlich hier was ähnliches gezeigt an der WWDC, auch die Möglichkeit zu interagieren. Nur ist da aus meiner Sicht viel cooler, denn ich kann jetzt nicht nur Lego spielen über ARKit, sondern ich kann das auch zu zweit tun. Also, A-Falls, dieser World da draußen, kommt vorbei. Wir spielen ein bisschen Lego. Ich freue mich schon extrem darauf. Auf jeden Fall werde ich auch dieses Just Align ausprobieren. Ich denke, das wird meinen Mädels sehr viel Freude bereiten und werde das sicherlich mal ein bisschen ausprobieren. Mal schauen, was wir das alles in die Luft zaubern und zeichnen und schreiben werden. Auch wenn es nur Tic-Tac-Toe ist. Dann hat Google etwas gemacht, was ich sehr vernünftig finde, denn ein Bestandteil des Google Assistant ist Google Lens. Eine geniale Möglichkeit, also quasi, man sagt ja denen, die Augen von Google Assistant. Da gibt es geniale Features raus, die man daraus nutzen kann. Zum Beispiel Texte rauslesen, übersetzen lassen, aber auch gleich Copy-Paste rauskopieren und so weiter. Also, sinnvolle Geschichten, aber über den Google Assistant sehr schlecht und halt einfach mühsam zu erreichen. Nicht mit einem Schwung, sondern über zwei, drei Wege. Und das hat sich Google nicht zweimal sagen lassen. Die App gibt es jetzt offiziell zum Download über den Play Store für euch. Somit ist die App nachher schnell und einfach aufzurufen und somit auch zu nutzen. Wer sie noch nicht kennt, probiert sie mal aus. Ein cooles Spielzeug, wie ich finde. Und dann gehen wir wieder mal ganz kurz in die Gerüchteküche ab. Warten wir gestern schon und heute wieder. Es ist ja so, dass Google vor einigen Jahren auch begonnen hat, eigene Smartphones zu bauen. Das war zu allerersten ein Schlag in die Magengrube bei vielen Smartphone-Herstellern. Und ja, das hat sich dann aber ein bisschen erübrigt, weil sich Google da schon im oberen, wirklich oberen Preissegment angesiedelt hat. Also quasi so Machbarkeitsstudien. Ähnlich wie das bei Microsoft mit ihren Surface-Geschichten macht, obwohl die mittlerweile im Preis ein bisschen angenehmer wurden. Auf jeden Fall hat Google da jetzt oder holt Google da jetzt zum nächsten Schlag aus. Wenn man zumindest den Gerüchten und den ganzen Quellcode-Hinweisen glaubt schenken mag, ist Google daran, ein eigenes Mittelklasse-Smartphone auf die Beine zu stellen. Intern hört das auf den Namen Bonito und ist abgestellt auf den Snapdragon 710 SOC von Qualcomm, welcher, ja, schon eben wie gesagt im Bereich Mittelklasse angesiedelt ist, aber dennoch einiges in Power mit sich bringt. Hier dürft man natürlich gespannt sein, was Google da aus seinem Android rauskitzeln kann. Denn die Stärke von Apple war ja immer und ist auch nach wie vor immer, und das werden wir auch nachher gleich wieder sehen, dass sie aus ihrer eigenen Hardware sehr viel rausholen. Und da könnte Google auch mal zeigen, eben wie viel man dann wirklich aus einem Mittelklasse-Smartphone rausholen kann. Ganz spannend wäre jetzt noch, wenn da Google noch ein drittes Smartphone raushauen würde, ein Low-Cost-Device, und da dann das maximal rausholen würden. Das wäre mal spannend, das würde ich gerne sehen, denn das wäre dann ein richtiges Google-Phone, auf jeden Fall. Dann ja, die WWDC. Ich habe ja heute Abend einen Tweet rausgehauen, irgendwann um, ja, so eine Stunde, glaube ich, oder eine halbe Stunde nach dem Event selber, und habe gesagt oder geschrieben, dass mir die Keynote sehr gut gefallen hat. Und weshalb, das lasse ich euch gerne wissen, aber dann natürlich auch gerne im Geek Talk News-Format ein bisschen ausführlich, ich denke mal, dass meine beiden Mit-Podcaster, vor allem der ja, nicht ganz so der Meinung sind, aber ich werde auch da reden, der Antwort stehen. Aber was hat Apple gezeigt? Vor allem Software. Was heisst vor allem Software? Es wurde gemunkelt, gar keine Hardware. Ganz so richtig ist es ja nicht. Es gibt neue Hüllen und neue Watch-Bender in schönen neuen Farben. Wem das gefällt, unbedingt zuschlagen. Ansonsten lasst es links liegen. Es ging um Software und um Betriebssysteme. Besser gesagt, um das eigene Betriebssystem für die iDevices, also die iPhone und iPads. Es ging um Software für den Mac OS, um die Uhr, also die Apple Watch und um das TV. Zuerst ging es ziemlich lang um iOS 12. Und warum ziemlich lang? Ja, ganz logisch. Das ist Apples grosse Cash Cow und das ist da, wo sie die grosse Benutzerfront haben. Und da muss man natürlich auch einiges zeigen. Da kamen eigene neue Apps von Apple. Möglichkeiten wie die Measure Apps etc. Und so weiter und so fort. Das EAR-Kit eben. Das, was ich vorher schon hatte, mit zwei Personen gleichzeitig an einem Objekt arbeiten. Lego for the World. Genau, Fotos. Also die Foto-App wird mehr Intelligenz bekommen. War nötig und auch gut so. Siri lässt sich nun selber programmieren. Mit Siri Shortcuts. Apple News. Lassen wir mal links liegen. Group Notification. Etwas, was man sich schon lange gewünscht hat. Dann ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Smartphone. Möglichkeit, um diese ganzen Push-Notifications ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Und auch sich selber, logischerweise. Und die Kontrolle dahinter. Da bin ich extrem gespannt. Vor allem auch mit den Kindern und so weiter. Also im Familienumfeld. Das wird sehr spannend. Und da freue ich mich darauf, mit meinen kleinen Mädels das Ganze anzugehen. Animoji und Meechmoji, wie das Ding auch immer heisst. Zunge rausstrecken und ein bisschen mehr bewegen. Betrifft mich noch nicht, weil kein Ten. Aber für all die anderen, die das wollen, sicherlich cool. Für all die anderen, die es nicht wollen, sein lassen. FaceTime-Gruppen-Videos. Nicht so zwei, drei. Sondern 32 Teilnehmer. Richtig cool umgesetzt. Apple Watch OS. Ich freue mich so auf diese Walkie-Talkie-Funktion. Wie geil ist das denn? Ich kenne da schon ein paar arme Leute, die ich da, wenn sie mir dann den Zugriff auf die Uhr geben, zutexten werde. Aber im produktiven Sinne natürlich logisch. Apple TV bekommt 4K. Also die 4K bekommt Dolby Atmos nachgeschmissen. Alle Filme, die ihr gekauft habt, die bekommen ein kostenloses Update. Update. Mein Gott. Wie cool ist das denn? Ich meine, ja, da gibt es andere, die haben ein früher VHS, dann DVD, dann Brulay verkauft. Nee, bei Apple gibt es einfach ein Update. Wie damals schon mit 4K und so weiter. Dann ging es weiter mit macOS. Mojave, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Darkmode. Ich habe noch so meine Mühe damit. Hatte ich immer schon. Ist nicht so mein Ding. Aber umso länger ich es mir hier angeschaut habe, umso besser hat es mir gefallen. Es gibt mehr Möglichkeiten auf dem Desk-Stream. Continuity-Feature mit der Kamera. Ich liebe ja das. Alles Mögliche vom Apple Watch auf mein Phone oder auf das Mac OS weiterzugeben und in die andere Richtung und hin und her Telefoncalls etc. Da war die Kamera nur ein weiteres Feature, was unbedingt rein muss. Und für Leute, die viel über sich und sich selber promoten in diesem Internet, Influencer etc. werden diese Funktion lieben. Ich unter anderem auch. Es gibt mehr Sicherheit. Noch mehr Sicherheit muss man da sagen. Der Mac App Store hat ein Redesign erhalten. Zurecht. Und ich bin schon gespannt. Apple hat es auch geschafft, einige grosse Hersteller wie Adobe, Microsoft Panic etc. in den Store zurückzubekommen. Hat sicherlich ein bisschen was gekostet. Aber ja, so soll es ja auch sein. Man will das Ganze ja vorantreiben. Und auch weiter zum Erfolg führen. Und da gibt es ja coole, tolle Zahlen. Der Mac App Store generell ist 10 Jahre alt geworden. Damals gestartet mit 500 Apps. Ist ja mit 500 Millionen Besuchen pro Woche ausgestattet. Und da kommt einiges zusammen. 20 Millionen Entwickler entwickeln Apps dafür. Und aktuell in dieser Woche wird der 100 Milliarden Dollar an App Entwickler rausgehauen. Und wie genial ist das denn? Das ist ja eine Riesenindustrie, die sich da darum gebildet hat. Und zu dem, was ich jetzt eben vorankomme. Oder was ich ja vorhin angesprochen habe bezüglich Update. iOS 12. Was mich am meisten freut, ist ja, dass das iOS 12 Update nicht nur weit zurück Geräte unterstützt, sondern riesig weit zurück. Bis ins Jahre 2013. Mein iPhone 5s, was ich immer noch habe und immer wieder mal zwischendurch einsetze, wird das bekommen. Und das Nachfolgemodell, das iPhone 6 Plus, haben sie da als Referenz genommen, wird 40, 50 respektive 70% schneller bei Starten, beim Keyboard anzeigen und beim Kamera auslösen etc. Das sind doch schon mal Zahlen, die Apple natürlich zuerst mal beweisen muss. Aber wenn es so weit kommt, das ist dann genial. Und ein weiterer Schlag in Richtung eben dieser 6, oder 0,6% die das aktuellste Android haben. Ja, da macht Apple halt einiges, respektive vieles, sehr vieles richtig. Und für mich deshalb, aus Sicht eines normalen Kunden, nicht aus der Sicht des Geeks, Martin und Pokipsis, sondern aus den normalen Kunden, war das eine geniale Keynote. Mit kleinen, aber feinen Verbesserungen. Und genau das ist ja das, was das Mac OS und das iOS Betriebssystem ausmacht. Es sind die kleinen, aber feinen Dinge, die wirklich, ja, das sind, was das System zum System machen. In diesem Sinne, euer Pokipsi und morgen auch wieder ein bisschen mehr Windows-Themen. Ach ja, fast vergessen, Microsoft To-Do. Die App kann jetzt zusammenarbeiten, und zwar mit anderen Leuten, auch über die gleiche To-Do-App. Das waren es, die Themen, die ich für euch heute bereit habe. Ich freue mich, euch morgen wieder zu hören. Wünsche euch einen erfolgreichen und tollen Tag. Und ja, wir hören uns am Mittwoch wieder. Ich würde mich freuen. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.